Vorsicht, Kontofalle, Energiegeld für Rentner, Betrüger wollen Kasse machen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Die Energiepreispauschale für Rentner startet ja, so wie wir alle wissen, zum 1.12.2022. Viele Millionen Rentnerinnen und Rentner erwarten die 300 Euro Energiepreispauschale als kleine Entlastung wegen der gestiegenen Energiekosten. Manche freuen sich sogar richtig darauf, aber leider ruft auch die Energiepreispauschale für Rentner wieder einmal Betrüger auf den Plan. Die Masche ist nicht neu, aber irgendwie muss es doch funktionieren. Es fallen immer wieder Menschen herein, vor allen Dingen ältere Semester auf diese Betrugsmasche. Das Telefon klingelt, eine nette Stimme teilt ihm mit, dass sie im Auftrag der Rentenversicherung anruft. Die freudige Überraschung, sie erhalten doch bald die Energiepreispauschale, 300 Euro ausgezahlt. Und damit auch alles schnell und reibungslos geht, über die Bühne geht mit der Zahlung, wollen wir nochmals ihre Kontodaten abgleichen. Ja, also man glaubt da eigentlich an nichts Schlimmes. Und genau in diesem Moment gehen einige unserer Rentnerinnen und Rentner dem vermeintlichen Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin der Deutschen Rentenversicherung auf den Leim. Denn wer jetzt seine Kontodaten preisgibt, hat schon verloren. Relativ schnell wird ihr Girokonto leergeräumt. Oft genug ist das schon so geschehen. Meine Warnung an alle. Die Deutsche Rentenversicherung und alle anderen Rentenversicherungsträger, auch die Knappschaft, fragt sie niemals am Telefon nach ihren Bankdaten. Das wird niemals passieren. Ihre Bankdaten bleiben immer, solange im System ihrer zuständigen Rentenversicherung aktuell bestehen, solange wie sie sie nicht ändern. Das heißt also, eine Änderung ihrer Bankdaten oder eine Abfrage erfolgt nur mit einem offiziellen Schreiben, nie ohne Grund. Oder aber Sie schreiben die Rentenversicherung an und sagen, ich möchte Ihnen jetzt eine neue Bankverbindung unterbreiten. Am Telefon dürfen Sie daher niemals Ihre Bankdaten preisgeben. Legen Sie den Telefonhörer auf, drohen Sie meinetwegen mit der Polizei, dann erledigt sich doch der Spuk meist von selbst. Meine Bitte an Familienangehörige von betagten Senioren, bitte passen Sie hier genau auf und warnen Sie Ihre Familienangehörigen, die Renten empfangen. Somit können Sie sich oder anderen vor großem finanziellen Schaden bewahren. Wenn einmal etwas passiert, werden Sie Ihr Geld in der Regel nicht mehr wiederbekommen. Hoffentlich kommt es nicht so weit. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Ich wünsche Ihnen ein paar Minuten, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.